Der steht zu weit vorne, der ist sick. Da ist nämlich die Stelle, da bin ich nicht mehr hochgekommen, weil ich so weit vorne stand, weil ich mir da den Kopf gestoßen habe und jetzt komme ich nicht mehr hoch, weil ich so weit hinten stehe. So jetzt, darf nicht auf den Knopf drücken, da war, so, Blumentopf, ja hier, ich möchte das jetzt mal da runter richtig, so, den können wir nicht mehr mitnehmen, wenn es weiter geht. Können wir ein bisschen hübsch machen da, wisst du? Na, jetzt aber. Ja. Was kann man hier oben? Kugelhaus? Kugelhaus? Ah nun. Da oben hast du zwei Knöpfe. Beiknöpfe. Aha. Äh. Ist schon klar, dass dann die Pferd wegfährt. nicht. Junge. Was machst du? Wo ist denn hier die Öffnung? Äh. Wo ist unser Pferd hin? Da oben. Hä? Nein. Was ist denn da Logan? Die arme Hübentopf? Ja. Ach. Nein. Wo ist es hin? Sollte das so? Nein. Nein. Wo ist es hin? Sollte das so? Oh. Och meine Güte. Was haben wir ein hässliches Sturm von uns? Ach Remi. Der brü-briert. Ich glaube nicht, dass wir jetzt unser Segel aufmachen. im jahr bei so einem stunden lassen wir jetzt sehen wir mal drinnen ich glaube ich muss es ausmachen auf den winsters 8 geschehen ist nicht der blutung wie ja mit dem blumenkopf zum verbrennen ach ja moment sieht ja aus material haben wir hoch kommen wir genau an hallo hier brutzelt irgendwo was unser siegel brutzelt weil wir wieder mal nicht dringefahren haben da haben wir ja nicht aufgepasst oh ein U-Boot ist mit so wir wollen es ja schön haben oder ein bisschen grün in dem Bude so was ist denn wenn man hier zwei kisten ruf stellt gibt es denn richtig druck oder was passiert denn denn schauen wir mal so so wie es aussieht müssen wir wieder nach oben meine Güte ja die seitenstechen hier vom rumrennen das ist noch mal ein U-Boot oder eine Öffnung und alle geht ab so 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 bergab so 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 mit so 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 es als Solange ist doch die Struppe ja nie. Ach, jetzt auf einmal doch. Ist ja auch nicht schlicht. Überall ballert er sich durch, ja. Und jetzt sagt er, ich will nie mehr. So, hier hinten machen wir an. Weil wir fahren gleich über erhütet Material drüber. Oh, es sägt jetzt richtig, dass unser Rand kaputt ist? Das ist schlecht. Wir versemmeln gerade Material. Das ist natürlich ungünstig gerade, was wir machen wollen. Ey, wo kommt denn der Stuhl her? Also ja, ich bin damit. Okay, unser Rad ist ja defekt. Ich werde gerne hier sehen. Guck mal, siehst du den da? Deswegen. Das müsste ja jetzt heißen, dass... Ach, Rhaimini. Ja, da würde ich das Material mal so mitnehmen hier. Da ist es jetzt. Ich kriege mich jetzt aus. Gucken wir gleich mal. So, Gasbuddel. Wenn wir die natürlich wieder in den Kessel rin hauen, dann explodiert hier gleich wieder alles. Also egal. Da muss Druck ran. Zack, da hingestellt. So. Was haben wir hier noch rumstehen? Noch ein bisschen was. Ja, schmeißen wir da hin. Und eine Lampe. Lampen sind immer gut. Aber wir haben ja drinnen Licht. Haben wir hier noch mehr? So, wie kommt man jetzt weiter, wenn du gerade... Also kommt ihr nicht zu Potte, war? Rhaimini, der rollt ja ohne weg. Rhaimini, der rollt ja ohne weg. Hm. Es ist windstill. Aber wir machen die Segel mal raus, weil wir wissen ja nicht, was kommt. Ja, vielleicht kommt ja gleich Wind. Und dann... gehen wir dicke da. Aha. Aha. Jude ist abgerissen. Neuer kostet Geld. Ah, wir müssen uns also jetzt so durchquälen mit einem kaputten Rad. Das liegt jetzt so richtig. Aber Christi hat Rad nicht repariert. Und dann, wenn du auch mal das kann, ich glaube, das kann ich nicht mehr abgerissen. Und dann, es soll mich nicht mehr abgerissen. halt nur jahren zwölf der jo Und er rastet. Warum kriegt denn hier irgendwo Stimmen? Hört ihr auch Stimmen? Irgendwas labert hier. Kommen wir jetzt vielleicht wieder in die Zivilisation? Micha! Dein Radio! Und hallo! Ach mein Radio! Mein Radio! Mein Radio! Papa Gin! Was ist das? Weil das leuchtet, meinst du? Wunderschönen guten Morgen! Das labert! Labarabarabar! Ich hab mir schon Sorgen gemacht über meinen Schädel! Also... Ja? Nein! Jetzt hat er den Druck da reingepackt! Ein Idiot! Ach egal! Ich halte dich davon ab, dass du packst! Wieso packst? Du willst denn hin? Wo willst denn hin? Wo willst denn hin? Du kannst dich einfach verreisen! Das ist... Geht nicht! Ich will doch niemanden abhalten! Also... Fünf Tage Mädels Trip! Dann kommst du als Alkoholleiche zurück! Ja! Der ist morgen? Okay! Um Gottes Willen! Wo ist denn? Eine Ferienwohnung mit Öl und Sauna! Aha! Eieieieiei! Na denn... Also mit Pool und Sauna war es klar! Ja? Also erst kräftig Alkohol und dann in der Sauna! Nein, bloß nicht! Um Gottes Willen! Das war jetzt nicht äh... Positiv gemeint! Wir haben das damals mal gemacht! Das kann ziemlich schnell da... Das ist schon böse! Arbeitsschutzlehren haben wir das gemacht! Eieieie Schichte! Morgen in... Ach! 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 Hast du beantragt? Steffi! Hast du beantragt? Ah! Ah! Wo ist denn? Erzähl mir doch was! Muss ich hier wirklich zu Fuß laufen? Das ist doch falsch, was wir hier machen, oder? Ne, ist das nicht! Er hat's verstanden! Ja, wo ist Steffi! Ah ja! Ich bin hier hart konzentriert und du kommst mit zwei! Reifeisenbahn ist da! Wo will ich hin? Reifeisenbahn ist da! Wenn Chat-Nachrichten das größere Rätsel sind letztes Game. Ja. Steffi. Warte, jetzt ist gerade mal die 2 weg. Alter, ich bin so alt. Ich bin so alt. Was? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Oh, was dreht denn sie? Oh, oh, oh. Ach so, ich dachte, du musst jetzt, er dreht sich und du musst dann den richtigen Punkt treffen, okay. Aha. Was steht denn hier im Weg rum, Mann? Wer hat denn das alles hier hingestellt? Mach doch mal weg. Na gut, dem bin ich noch jung. Dann braucht man keine Sorgen, Mann. Steffi. Toll. Der Weg ja noch frisch. Das ist logisch. Ja. Hinkie doch. Hinkie doch. Ne, 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 bleib mal hier im Jass. Gummigummi, gummigummi. Ich brauche ein neues Radwechselschmissar. Ich habe ein halb kaputtes Fahrzeug und ich mache hier alle Futschi-Fahrzeuge. Oh, mein Lieben, Druck. Alter, helles Feuer. Hat niemand gesagt, dass sie da aufhören. Alle kaputt fahren. Du kannst ja jetzt nicht so einen langen Text schreiben, wenn ich hier hart am, am, am strugglen bin hier. Meine Güte. Ich muss doch hier aufpassen. So, wir stehen auf der Fähre. So, aber meine Freundin kommt gleich. Ich sollte mal packen. Bin also wieder im Lug, aber ich beobachte und höre das Ganze weiter. Los, pack ein Zeug ein. Und was macht deine Freundin denn heute? Also du packst und deine Freundin beobachtet dich dabei, oder was? Ihr trinkt heute schon, stimmt's? Ich kenn die doch. Kleiner Schluck, schmeißt du. Jetzt zeig sie wieder ab, wir halten. Jetzt muss sie erst wieder, jetzt muss sie wieder schreiben und bla und blub, bist du? Zack. So. Aha. Und jetzt muss ich hier hinten rein. Abgetaucht. Ah, muss ich hier rein springen. Zu den Lahn und jetzt geht's los. Alter, ich hab so einen kleinen Popeye hier als Spielfigur, das ist ja Wahnsinn. Geht mir das an. Und das ohne Spinaten. Na, endlich kommt ja immer ein bisschen Melody. Geh. Die Kaffee Und anhalten. An den Dock. So, jetzt mache ich erstmal hinten den Föhn an. Staubsauer an hier. Das will man wieder ein bisschen Material einsaugen. Dann brauche ich nämlich die Kiste hier vorne nicht holen. Die da steht. Dann können wir jetzt nämlich losfahren. Was steht denn hier im Weg? Die Lampe. Leg mal da hin. Abfahrt. Wir bleiben auf Fanspeed. Aha, jetzt müssen wir mal wieder anhalten. Aha, wir müssen drüber fahren. Hat der mich jetzt eingeklemmt? Nee. Alter, ich brenne jetzt die Lampe ab. So, hier. Jetzt die City ist gut. Aha, okay. Und du? jetzt muss ich hier um warum ist der jetzt hochgefahren jetzt dreht er sich achte das zum reparieren hier oben über uns sind räder angebracht da oben über uns neue räder ach so jetzt sieht man wenigstens mal wieder von vorne aus ist aber so eine lampe an was ist denn da los guck mal die räder sind komplett runtergefahren das ist ja so gummi im rösch nicht schlecht aber gut da die dinge Ja, okay. Oh. Oh. Neuer Alufang mit Spinners dran, siehste. Haltet an. Errungenschaft. Timp my ride. Ne, saugt mich nicht mehr. Achso, ich muss ja hier hochspringen. Oh, jetzt häng ich fest. Also, wenn ich hier so rausche, ist hier hinten der Staubsauger, ja, der das Material einsaugt. Den lassen wir jetzt irgendwann los. Und ich kann mich nicht mehr, ist hier hinten der authenticторige Technik. скажst du mal hier vor.